was weiß ich nicht so wunderschön ja dann kann man weiterziehen ja ich muss sagen es ist jetzt schon relativ farbig warst du in dem blauen Haus da drüben nö ich hab noch nichts weiter gelootet na dann gehen wir da mal rüber schade wenn wir das gleiche Blut haben müssen wir halt uns selber immer Blut abzapfen aber jetzt ist es eigentlich ganz gut das wissen wir ja wie wir uns auch regenerieren da macht es auch Sinn jetzt Blut abzunehmen für einen Notfall weil nicht dass wir wieder da stehen und dann selber was ist das hier measure on temperature ist das da hier schon wieder ein Blatttest alter ach das ist das Krankenhaus echt voll dabbel das blaue Haus ist das Krankenhaus wo bist du echt ist es das ja ja gut dann lass es bleiben dann gehen wir weiter dann gehen wir ich geh noch hier ja wir gehen ne Moment mal ich check das mal noch ich muss das mal nur ob wir checken äh aber dafür brauche ich bestimmt erst dafür brauche ich aber bestimmt erst ähm du weißt schon Magazin ne für doch ach nein hast du ihn gefunden ist egal ist eh egal ist weggeglitscht oder was ne warum was ist damit die Longhorn hat mal wieder die Longhorn spastet mal wieder rum ne ne ja ich kann sie nicht raustun und kann sie jetzt auch nicht mehr nutzen also von da habe ich wieder einen Platz habe ich wieder vier Plätze versaut jetzt weil hier drin lag nämlich eine äh warte was ist das hier eine eine CR75 lag hier drin Bist du im Krankenhaus? ne ich bin nicht im Krankenhaus ich bin hier ach du scheiße das musst du mir sagen weil ich hab jetzt hier die ganze Zeit gesichert bist du in den Haus weiter oder was ja 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 gut ne hinter dir hinter dir aus der Richtung kommen wir ja wo du gerade hingerannt bist na ja ich wusste ja nicht wo du das ist schon wieder so eine scheiße hier drin ist die Knarre oder was ja aber ich kann sie nicht mitnehmen nimm du sie auch nicht mit das ist nur so Platz für dich halt wie du siehst das hier wieder meine CR liegt hier wieder drin und ich kann sie auch nicht mehr aufnehmen ja das ist die die ich hab ach fuck scheiße ach doch jetzt kann ich die Longhorn wieder nehmen oder? ja doch ich kann meine Longhorn jetzt zumindest wieder nehmen warte mal was ist wenn ich jetzt sie rausziehe? ne kann ich nicht ich muss die jetzt wieder äh über F aufnehmen dann kann ich sie zumindest noch nutzen die Longhorn aber ich kann sie jetzt nicht so nutzen ich geh direkt mal weiter ne ja links rum ne ja bis zum ja ein Kompass wäre jetzt nicht schlecht weil dann können wir nämlich wirklich mal rausgucken wo das Erfield ist weil sonst wird das Erfield jetzt ein bisschen problematischer vielleicht finden wir oben einen ja gut ich guck mal an der Hand welche Straße das sein könnte wie wir dann äh jetzt positioniert sind weil sonst dann können wir ungefähr da abschätzen wie wir laufen müssen um zum Erfield zu kommen zum Erfield zu kommen ist ja mal ne verarschtes Haus hier oder? wärs gar nicht überall das wäre auch langweilig alles so vollgeflastert wär rein ist wieder so ein Pink der dem 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 ne Sporter 22 mein Freund äh, ok also laufen wir jetzt Richtung Norden raus ungefähr gut, wir könnten doch jetzt mal dieser Straße folgen im ganzen ganzen Richtung Nordosten weil die Straße wenn wir es so wollen, führt eigentlich durch viele Ortschaften bis fast zum Airfield sogar also müssen wir ein bisschen jetzt der Straße folgen um es zurechtzufinden, muss ich sagen naja dann spielen wir draus aus dem Haus, ne? ja, ich bin oben rechts in dem, hier gibt's Obst, Kartoffeln ah, bei dir sieht es erstens technisch auch gut aus, oder? das ist vergebene Liebesmühle hier zu looten, jetzt grad ich weiß, irgendwann sehen wir uns danach, aber bist du noch in dem Haus, ne? oder? ne, ich bin wieder raus, hätte ich gesagt Splitting Eggs ja, ok das sieht ja cool aus mit der Sturmhaube da ist ein Splitting Eggs ah, die ist Christina dann nehmen wir mal die Splitting Eggs ja, der einzige Nachteil ist, dass viele wahrscheinlich denken, du bist ein Raider, ey ja, das kann passieren, weil die auch meistens sich so vermummt, weißt du? ja, da tsch, tsch, tsch mal ausprobiert nö, nö, ist richtig jetzt hat sie, glaub ich, keine Munition mehr du musst sofort nachladen, wie du den einen Schuss das ist halt der Nachteil, weil der, deswegen hat ich mir nicht so gefallen, muss ich sagen obwohl die bestimmt noch... da wird immer noch Munition angezeigt, drinnen ehrlich? ja, und links ist immer noch Munitionssymbol ok, ja, da ist auch noch welche drin na dann, dann ist doch ganz gute Waffe vor allen Dingen schön weg, es macht das wie ey ja ja, ich sag ja, die geht eigentlich wirklich gut, aber... ja, ich hab aber lieber so trotzdem... da muss ich wirklich zielsicher sein mit dem Ding weil ich zum Beispiel Elektrohäuser-Kampf, wo so ist, da würde ich mir einscheißen mit dem Ding ich würde mir allgemein im Waffenkampf einscheißen, muss ich sagen ja, ich freu mich da aber trotzdem ein bisschen drauf schon weil wir sind echt noch die Obernoobs, ey ja wir sind noch Greenhorns, keine Kampferfahrung nur gegen Zombies ja, ja das Innenma, was ich mit einem Mensch begegnet bin, ist tödlich ausgegangen wurde erschossen, du wurdest erschlagen und dann wurdest du gestern angeschossen ja ja da kommt die Waffe wegstecken, weil wenn hier ein freundlicher Server ist da kann man die Waffe wegstecken, ey kann man machen und jetzt auch nicht mehr sprinten am besten, weil endet meistens die Scheiße nö, machen wir nicht nur in Gefahrensituationen ja, weil sonst überhitzt sie wieder nur doof und das haben wir ja das letzte Mal festgestellt ja, das habe ich eindrucksvoll demonstriert, ich wusste das natürlich, ich wollte das nur mal zeigen vor allen Dingen muss ich gerade auch ganz ehrlich sagen, so viel DayZ wie wir aufnehmen könnten, wir da so fast wirklich schon täglich raushauen weil wir haben ja gestern schon alleine eine Woche aufgenommen ja, weil man da jetzt wirklich dran hängen bleibt wenn du läufst, ne, du läufst ja auch 4th Person, ne natürlich mit alt kannst du rumgucken, ne wenn du alt zusätzlich drückst ach geil, danke wusste ich noch gar nicht, geil es geht doch bestimmt unter, warte mal, 1st Person? es geht aber auch unter 4th, äh, 1st Person ja, das geht doch unter, aber das ist irgendwie blöd, also so kriegst du am besten schon als Spieler mit 1st Person es geht aber unter, äh, geht aber unter 4th Person muss ich sagen ja, das geht am besten I feel hurts Baby, don't hurts me Don't hurt me Don't let go I'm completely soaking And I never let go Let it go, oder was? Let it be Let it go Let it go Let it go Ach ne, braucht man nicht schlachten, braucht man nicht, wir haben genug mit Hey, Kumpel Entschuldigung Normalerweise wäre das jetzt die Situation, oh, ein Schwein und so lange keine Frau mehr gesehen aber es ist ja bei uns nicht gegeben du bist ja eine bezaubernde Lady Ja, ich habe schon festgestellt jetzt, dass ich nicht mehr der Asiade bin, aber trotzdem irgendwie funktioniert es immer noch nicht weil ich hatte ja mal wieder, ich hatte mal übernommen wieder, das ist ganz ehrlich, ich hatte mal wieder übernommen letztens, ne? Neu gemacht, ne? So ein CJ-Typ halt, ne? Dann bin ich ja gestorben Bin ja wieder gejoint, heißt es Also jetzt zwischen den Zwischen Kannst du mal da? Ja, ich glaube beim vor... Irgendwann mal Bin ich das... Ach stimmt, das hätte ich ja schon beim letzten Mal, weil ich hatte ja vor... vor der... vor der Kurzaufnahme hätte ich ja, äh... hatte ich ja das letzte Mal probiert und da bin ich ja gestorben und da bin ich auch wieder hier gespawnt als die Olle Ich glaube, jetzt lasse ich so hoch, weil... Jetzt bin ich einmal die Olle, jetzt lasse ich so hoch Echt? Kannst unsere Zuschauer nicht so überfordern, ey, immer wieder was Neues Ja, ich habe schon tausendmal probiert, ein neuer Charakter, aber irgendwie funktioniert das bei mir... Er ist wieder auf Brunnen das letzte Mal, muss ich ganz ehrlich sagen Ja... Weil der hat ja auch nichts gefunden, muss ich sagen Weil ich trotzdem die ganze Zeit mich so rumdrehe zu dir und nicht alt drücke, um so rumzugucken Das ist eigentlich schlecht bei, äh, für echt Action-Sequenzen Ja... Wie gesagt, das ist echt... ich... oder ich habe mich halt übst blöd hier angestellt, aber ich kann so nicht sein, weil letztens wirklich da bin ich nach den Updates schon rumgelaufen Normal, das geht mir aber auch so noch... Da stand nämlich nichts da bei F, muss ich ganz ehrlich nur sagen Hier ist ne Säge, äh, brauchen wir aber nicht... Was ist denn das da für ne Axt? Moment... Ne normale... ne normale Axt... Weil wir laufen ja so... nordwestlich... Das weiß ich nicht, ob das... Nordwestlich laufen... Ich weiß nicht, ob das noch die Straße ist, ganz ehrlich, das weiß ich nicht Wir sind nordwestlich unterwegs... Ja, ich weiß ganz ehrlich nicht, ob das die richtige Straße noch ist... Schon mal hier vorne sieht es aus, wie wenn ein Tal kommt, hier an der Waldgrenze lang... Vielleicht kann man doch mal was... Na komm, wir gehen mal über die Waldkuppel lieber... Weil wir erkennen sowieso nicht, ob das Städte sind, ist doch egal... Weil wir sowieso nicht wissen, welche Stadt hier was ist... Da hinten ist... geht die Straße auf jeden Fall weiter... Oder glaube ich zumindest... Ja... Das müsste die Straße sein... Wir sind noch auf dem Server gerade... Der Durion... ...joint gerade... Windows 7 ist auch dabei... Ja... Also es läuft, ne... Es läuft... Es läuft wie geschnitten Brot, Alter... Wie geschnitten Brot... Wie geschnitten, Alter... Hat dich aber jetzt schön geschnitten, Junge... Ja, ich weiß doch nicht, ob das die richtige Straße ist... Da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden... Ich weiß nicht, worauf wir die Hauptstraßen hier erkennen... Weil das ist eine rot gezeichnete Karte auf der Straße jedenfalls... Das ist jetzt mal eine Hauptverkehrsstraße... Hm... Na, ich geh mal... Aber ich weiß nicht, ob... Weil die Abgeordneten wirklich auf der richtigen sind... Na, ist das mehr am Land des Inneren... Oder ist das mehr am Rand? Weil wir laufen jetzt Richtung Rand... Von der Map... Was? Das weiß ich... Also wir laufen jetzt nach Westen... Demnlich... Straight... Na, müssen wir doch nach Westen... Nach Nordwesten... Müssen wir doch... Ah, hier ist eine Stromleitung... Da kommt demnächst wahrscheinlich auch eine City... Na, wie gesagt... Weil wir ja auch noch Nordwesten müssten... Weil von da waren wir... Wir sind ja... Von Elektro nach... Äh... Osten... Mehr oder weniger... Gewandert... Mhm... Brüche mit Wurscht... O Buszombie... Gemacht und... Geschnitte... Wobei, eigentlich hat's auch keinen Reiz... Wenn du hier langläufst und eigentlich schon weißt... Ich kann keiner eigentlich erschießen... Ne... Kann schon... Ja, wir sollten trotzdem... Denen ist egal... Was steht denn da oben... Nichts Interessantes... Nichts... Ne... Ne kleine Hütte... Jawohl... Ich würde ja gerne eine Firefighter-Axt für dich looten irgendwo... Ich guck da mal rein... Siehst du mich ja, ne? Ja, ja, ich folge dir... Da... 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 Da vorne kommt doch der Ort... Am Horizont steht die Sonne... Ah... Ach... Ach... Ich freu mich schon... Woher sind wir? Da drüben ist ohne Ortschaft... Da ist es egal... Ja, ich will auch nicht, ob wir... Soll ich dir über die... Ne, ne... Wir laufen... Wir laufen lieber hier lang... Weil das müsste mehr uns zum Flugfeld führen... Und wenn wir Glück haben... Wobei ich halt kaum Hoffnung habe... Dass das bei den ganzen Leuten noch nicht gelootet wurde... Ganz ehrlich... Ich schätz' mal... Aber die Hoffnung stoppt ja zuletzt würde ich sagen... Windows 7 ist auch am Start Hab ich doch schon gesagt Windows 7 Ja besser als Windows 8 alter Ja das Problem ist Bei diesen Airfields oder so Wirklich die Serverhopper Die sich dann einfach da Die wissen wo das geile Zeug ist Ja Aber vielleicht haben wir Glück Also mir würde ein Hunting Backpack Würde mir echt reichen Dann wäre ich schon zufrieden Und halt mal endlich mal das Airfield So zu sehen Haben wir doch schon mal Ist das wieder das kleine ja Ne das ist das große Wo wir schon das letzte Mal waren Achso waren wir am großen letzten Ach du scheiße Da haben wir alles übersehen Weil am großen Airfield Gibt es einen Militärbereich Mit Baracken und allem Ich glaube da waren wir auch Weil wir glaube ich in einer Baracke waren Wo du dich ausgezogen hast Wo dir übel tat war Ja und da dahinter Also wenn das wirklich das Airfield ist Da ist dahinter nämlich eine Kaserne Naja Nä aber kann nicht alles wissen Muss ich sagen ever Nick ist mit dem Kopf Nein oder Nein wir haben nichts da Gut Ich Knock ich mit dem Kopf Nicht mit dem Beat Und bewege deinen Arsch zu schütteln Und schütteln mit dem Kopf Ihr wettet, ich bleib' jetzt wieder dran, häng' an dem Ding und spring' nicht drüber Ja, ich bin trotzdem nur noch häng'geblieben So einen Meter vorher am besten V-drücken, dann geht's eigentlich sehr gut Ich meine, wenn wir echt mal kämpfen müssen, dann vergesse ich's selber Das geht mir ganz ehrlich zu Wie gesagt, auch wenn wir R4 viel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ich wär' froh, wenn wir wirklich ein Hunting-Backpack kriegen Weil, ganz ehrlich, eine M4 bringt uns auch jetzt nicht, weil dafür sind wir zu noobisch unterwegs, das gehört uns, als dass wir's damit wirklich... Ich wär für dich ne kleine Waffe, muss ich sagen Ja, wir können uns eh nicht verteidigen, wir können eh nicht mit den Waffen richtig umgehen in dem Spiel, von da ist erstmal eine M4 eh egal für uns Da ist ein Hunting-Backpack doch eher was Sinnvolles Ja klar, aber so eine M4 wär schon was Schönes Wie gesagt, gerade für dich oder so, wär's schon geil, da kann ich aufs Sniper langsam gehen Oh, äh, das sieht aber sehr geblündert aus Es gibt's nur Munition, äh, 22er, die brauch' keiner Hier ist gar nichts drin, ey, gar nichts Achso, ja, jetzt muss ich natürlich wieder in der Ehe gehauen, ne, das... Ja, ich will... Achso, diesen, diesen Kacke wollte ich nochmal ausprobieren, dieses Suing-Kid Ja, hat bei mir auch nicht... Ich bin mal schon weitergelaufen zu dem roten Haus hoch, ne Meine Hosen sind ja... Runde genommen damage Ach, da war doch ein Schild, da kann man doch eigentlich mal draufgucken, wo wir jetzt sind Also, ich komm mal mal zurück, ich glaub' grad zu dem Schild, ich... Hast du grad'n Dio draufgehauen, ey? Ne, ich glaub' das nützt echt noch nichts Flypnopor! Wir sind bei Flypnopor, Alter Bei Snipnopor? Was zum Teufel ist ein Snipnopor? Aber wir folgen der richtigen... Ey, wir folgen noch der richtigen Straße Tinky Winky Aber wir folgen echt der richtigen Straße noch, ne Also, der müssen wir ein bisschen folgen, bis zur nächsten Ortschaft Übernächsten Ortschaft Dipsy Und bei der dritten... Also bei der... Sagen wir noch drei Ortschaften, komm nach der und... Und daraus kann man direkt nach Norden zum Erdfield Boah Das müsste eigentlich das große Erdfield sein, oder? Ich seh' kein anderes Erdfield eigentlich, ganz ehrlich Ja, so, das Erdfield eigentlich, das große ist doch das, was eigentlich... Ja, das, was weiter, weiter von der Küste entfernt ist Also das eigentlich, was, äh, was am... Eursten Punkt mal lag, in dem Sinne Ja Ja, gut Aber wir sind noch im richtigen... Also, noch drei Ortschaften müssen wir durch diese... Durch diese Straße überqueren, also, weiß nicht, ob ihr da seid... Bist du noch hier drinnen? Bist du in dem Haus da drinnen? Äh, ich bin wieder reingegangen, weil ich dachte, du bist drinnen, weil ich war ja doch... Saß vorhin an dem Schild, habe saß ich Ja, ich war ein bisschen weiter vorne Also, links, das Haus brauchst du, das erste links brauchst du nicht looten, da ist nur Scheiße drinnen Das rote da Ja, genau Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier, wo sie rein Aber trotzdem ein bisschen vorsichter, weil wir jetzt Richtung Erdfield kommen, also ich... Trotzdem noch mal... Ja, ja, muss man rufen Ich lasse trotzdem mal die Waffe aktiviert, ey Falls doch jemand auf mich schießt, dass ich ein Notfall, falls jemand auf mich schießt, dass ich schießen kann Ja, wenn, dann gehen wir sterbend unter, äh, sterbend unter, kämpfend unter, würde ich sagen Ne, zumindest, wie du schon mal immer gesagt hast, ey, wenn man schießt, dass die vielleicht denken, oh Scheiße, wir gehen lieber weg hier Oh, ich hab nichts, äh, ich bin nicht mehr Energizer und nicht mehr... Und nicht mehr hydrated, da esse ich erstmal hier drinnen in der Matzke Ja, du kannst, äh, essen, bis wieder grün ist und so Hm, das hältst du mich am längsten Da bist du jetzt bei ca. 40% Ha, das hab ich aber nicht selber rausgefunden, Leute Ich hab nämlich die Mod nicht gespielt Aber das habt ihr euch sicher schon gedacht Dann trinken wir noch mal ein Stückle Alter Jetzt werde doch mal wieder Blub, 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 blub Komm Lecker Lecker Jetzt bin ich schon mal hydrated wieder, ey Da warst du mir meine Tuna-Cent auf Okay, das ging schnell Also die Krankheiten sind, äh, derzeit keine Bedrohung Ich war nämlich gerade sick Durch den Regen wahrscheinlich Ja Hab nur eine Dose getrunken, äh, ist wieder weg Hm Bin wieder normal Ist doch gut Hä Geht So, jetzt muss ich aber mal kurz Ich glaube, ich muss gleich die ganze Tuna-Centler essen, so wie es aussieht Ja, hau rein, ey Jetzt hab ich noch 50% drin, hier heißt es, ich leh alle Ja, gibt's auch wieder ein Grund Oh, scheiße, jetzt Äh, nee Brech die ab, weil ich bin gleich wieder gerade doch Energize geworden, alter Scheiß Ja Ja, ich konnte sie ja abbrechen Da halte ich wieder Muni Ich weiß nicht, was für welche, muss ich sagen 22er, 50er Rounds Braucht kein Schwein Nö Ja, ich bin gleich